Willkommen zurück meine Kartoffelfreunde zu einer weiteren Folge Hearthstone. Mittlerweile müsste das die fünfte Folge sein glaube ich ich bin mir über gott nicht sicher. Ja wir gucken einmal kurz was wir für Quests haben. Paladin oder Krieger? Nö. Schamann oder Hexenmeister? Ja. Genauso beschissen. Egal. Mit dem Priester können wir bestimmt was drehen. So. Mal kurz gucken. So gut. Ja wir gehen langsam. Aber sicher auf die 100 Abonnenten zu. Wer es noch nicht bemerkt hat. So jetzt wo ich das Video hier aufnehme sind es 76 Stück. Finde ich schon ordentlich. Ich werde mal alle vier wegpacken. So. Ähm. Ja ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Gut die Hand ist nicht viel besser. Hm. Gucken wir mal was wir gleich ziehen. 1 mana 1 1 und gottesschild. Das ist doch. Hm. Sowas ist scheiße. Du 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 du. So. Was haben wir denn jetzt? Na bist du mal fertig? Ja gut. So. Hm. Na gut. Jetzt muss ich die auch schwimmen. Obwohl hätte ich gar nicht machen müssen. Die hätte ich auch locker flockig vernichten können. Na ja. Egal. Ruf 2 war jetzt der Werfer mit 2 3 Spot dabei. Ja. Gut. Ähm. Ja ich hab den Grizzly gespielt. Weil das. Ich brauch jetzt glaube ich noch nicht viel dazu zu sagen. Weil. Ja am Anfang ist halt. Oder gibt es halt relativ wenig. Zugmöglichkeiten. Das wird halt alles erst später interessant. Na. Ach. Er tötet wirklich beide. Das fand ich jetzt dumm. Weil er hätte theoretisch nur einen töten müssen. Und dann. Na ja. Egal. Ähm. Jetzt kommt mein Yeti. Einfach weil es die stärkste Karte ist. Die ich zurzeit auf der Hand hab. graben. Ich glaube das sieht alles gut. Diekaaht. auch nicht das tiente Golem. so den können wir ja einfach aus dem spiel nehmen ich würde sogar ganz ehrlich meinen yeti noch buffen so so ich buff einfach mal mein yeti oder ich hoffe einfach dass er jetzt den frosch spielen wird also die verwandlung schade weil damit hätte ich höhere chance haben gehabt meine guten karten später spielen zu können schwieriger satz aber ja so das ist gut aber das ist doch richtig gut jetzt haben wir auch den meeresreden mal gucken was er macht jetzt haut er den 11 sport ok jetzt wird den raushauen glaube ich okay doch sorry doch da ist er die verworten die verwandlung doch die verhexung verwandlung war magier ok der haut aber auch alle karten raus die er auf der hand hat holinova bringt mir nicht viel es bringt mir gar nichts aber ich könnte ihn spielen ja sturmwinds dann kann ich greife ich ihn an jetzt hat er nur noch zwei leben dann wahrscheinlich durch meine holinova spielen dann ist er weg er weg sie hat kein gottesschild mehr und er hat nur noch ein leben und ich werde geheilt um zwei aber dafür wird das jetzt richtig wehtun die runde na jetzt kommt er mit seinem gottesschild mit seiner agentum knappe gut dann kann ich fast sein komplettes fällt jetzt der stund 3 ich habe einfach mal jetzt in den in den wie heißt er die wache von silbermund gespielt weil oder damit vielleicht mich nicht direkt angreift aber hat sich wohl gerade erledigt und jetzt hat er die zweite mal die zweite mal das zweite mal den frosch rausgehauen das ist gut wenn ich jetzt nichts nützliches ziehe dann kann ich es auch vergessen sondern wenn er wenn er jetzt nichts hat zum raushauen dann besteht noch eine gewisse chance dass wir nicht verlieren ich hoffe es mal dass er jetzt nicht zwei schaden raushauen kann anscheinend nicht anscheinend nicht und da habe ich nur noch zwei leben ja das ist scheiße ok die kenne ich noch gar nicht wie könnte jetzt nochmal holy nova ne na ja es ist gut gespielt da kann ich nichts mehr machen ich könnte jetzt ich kann gar nichts was ihnen angreifen gut gespielt mein freund na gut das war auch schlecht von mir ich habe einfach kein karten karten glück gehabt das ist immer das problem das ist bei 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 hearthstone immer sehr auf die karten aufkommt auf die karten aufkommt das kommt ziemlich es kommt immer sehr auf die karten an die man auch zieht also wenn man die richtigen karten im richtigen moment zieht die man braucht dann ist es natürlich ein gewisser vorteil gegenüber mir eben gerade weil ich hatte wirklich keine möglichkeit einfach irgendwas zu zerstören ja aus respekt aufgegeben solche gegner habe ich immer gern das ist doch gut das habe ich doch gern das bringt spaß na findest du erstmal was ja konservenkalle ein würdiger gegner anduin gegen uta ja ja das ist doch gut aber ich glaube die beiden werde ich mal wegpacken ich finde den taurenkrieger sinnvoller als den den worgen mit windzorn so auch da haut er gleich erstmal ein geheimnis raus ja ok gut es droppt nicht ich kenne die geheimnisse vom paladin leider nicht das ist doof ja na jetzt müsste stimmt vielleicht gleich glaube ich gleich den 21 an ja genau heilen und neue karte ziehen weil ich das schon vorhin gehabt bei dem gegen den wie heißt er gegen den schamanen dann hätte ich um einiges mehr machen können ja jetzt bin ich mein tauren ja wenn er jetzt nichts hat dann wäre das schon vorteil für uns auf jeden fall also wenn er jetzt nicht sein segen dass der könige oder so hat dann kriegt er plus 4 4 ich glaube das kostet doch nur vier mana der zauber ich hoffe mal dass er das jetzt nicht tun wird oh nein obwohl das war dumm außer so jetzt haben wir noch meinen kollegen hell mir jetzt wird er wahrscheinlich meine klerikerin töten aber ich habe die zweite noch auf der hand wenn ich die nächste runde dann kann ich den den geht da von mir noch nicht heilen und dann kann ich noch eine karte ziehen die karte ist echt böse ja da ist sie weg die nova sehe ich jetzt nicht als sinnvoll ich würde es eher sinnvoll finden den berserker zu spielen nochmal so so muss man hätte richtig aussetzen so den grubel schieber sehr gern haben wir einmal was kommt denn jetzt als nächstes oh der wächter vom urgeschehen der ist echt böse der ist wirklich böse jetzt kommt wenn man dieses gottesschutz gottesschutz gottesschild das ist nervig mit der zeit jetzt hat auch alle karten rausgehauen die er hatte ne ja gut dann machen wir ach nee ich kann ihn ja jetzt nicht angreifen ne ja doch machen wir das so 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 holy nova eins zwei drei gut so ähm ich habe das aus folgenden grund gemacht ich habe jetzt beide angegriffen oder beiden schaden zugefügt weil ich mit heiliger heiliger holy nova heiliger aua oder so wie das heißt heilige nova beide heilen konnte das heißt ich habe zwei karten dadurch ziehen können und vielleicht wäre da was sinnvolles bei gewesen wie zum beispiel Schattenwort Schmerz dann hätte ich den wächter auch noch töten können das war aber leider nicht der fall aber ich denke mal dem wird nicht mehr viel im weg stehen aber jetzt kommt segen der könige genau vier mana verleiht einem Diener was hat da vor wenn ich jetzt die richtige karte ziehe Schattenwort Schmerz oh mein gott wieso ziehe ich die karte denn jetzt die hätte ich doch vor ne runde ziehen müssen ja gut dann ähm wenn wir jetzt ihn spielen haben wir keinen Mann haben wir ich brauche einen Sport auf jeden Fall ähm ich habe einfach nochmal den den ihn mache ich damit er mich nicht direkt angreifen kann dann spiele ich nochmal die kleinen Klingmechanikerin damit mit ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Damage Output hat mit dem kleinen mechanischen Drachling ich habe ich habe ja gut Schattenwort Schmerz ist doch gar nicht so schlecht jetzt haut er aber raus hier aber es wird ihm auch nichts bringen jetzt müsste er theoretisch meinen mit dem Eisenpatt Grizzly angreifen und dann könnte ich ihn mit dem beiden töten zack so so jetzt hat er jetzt erstmal ohne zu nachzudenken die die legendary vernichtet so dann wird heiliger pein auf ihm gemacht dann das da so so als nächstes wird meine Kollegin ihn angreifen mein Guru Bashi Berserker wird ihn direkt angreifen und ich brauche nochmal mein Gottesschild einfach um noch mehr Board Control zu haben ja ich hoffe mal dass er er hat nur drei Karten das heißt er kann nicht wirklich viel machen das ist zum Beispiel ein Vorteil für uns jetzt kommt für uns auch drei Schadenzeiten die Karte aber die ist teuer finde ich für 4 Mana für eine Karte ziehen er hat aber auch viele Karten ziehen so seine Waffe ist im Arsch wenn er nichts macht dann könnten wir jetzt theoretisch gewinnen glaube ich ne 8 und 10 und 18 können wir ihm abziehen aber ich werde es trotzdem machen dann kann ich ihm nämlich 10 abziehen so so jetzt kann er jetzt hat er wieder fünf Karten auf der Hand das ist auch doof aber ich glaube nicht dass er noch relativ viel ausrechnen kann wenn ich brauche jetzt halt nur noch einmal Mind Blast also Gedankenschlag und dann müsste er theoretisch tot sein na zieht eine Karte und verursacht Schaden der ihren Kosten entspricht hä was war das für eine Karte Heidegatson zieht eine Karte und verursacht Schaden der ihren Kosten entspricht der hat wirklich eine 8er Karte gezogen naja egal gut Job gut gespielt und da sind wir Rang 19 der Ingenieurs Lehrling so ein Sieg für uns wir haben 3 Siege mit einer beliebigen Klasse und wir haben die Quests mit denen weniger als 2 immer noch nicht geschafft naja gut ähm falls euch das Video gefallen hat lasst mir doch ein gefällt mir da ein Däumchen wer Träumchen würde vielleicht sagen und ähm zeiht das Video vielleicht auch mit euren Freunden wenn es euch gefallen hat wenn ihr ihnen was cooles zeigen wollt und ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt schlechte Kartoffeln und Eiskaffee und was habe ich gesagt egal bis zum nächsten Mal Tschüss.